Im heutigen Video gibt es das neueste Update im Fall Tillinemann, auch im Fall Rammstein und auch eine gute Nachricht für alle Rammstein-Fans, als auch eine sehr ärgerliche und dreiste Antwort von der Amadeo-Antonio-Stiftung, was denn mit den Spenden passiert. Und das hat mich so getriggert, dass ich gesagt habe, komm, ich mache nochmal ein Update dazu. Ich hatte ja schon vor einigen Wochen darüber berichtet, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung eine Stellungnahme auf ihrer Webseite gemacht haben, die ich hier nochmal kurz einblenden werde, die sehr vage und nicht so richtig befriedigend war für die Leute, die so ein bisschen kritischer sind und sich auch fragen, Mensch, wo ist denn jetzt das Geld gelandet? Und bis heute weiß man nicht so richtig, was passiert mit dem Geld und ich denke, das ist auch ganz wichtig für die Leute, die gespendet haben, das auch nochmal zu erfahren irgendwann. Und das alles soll heute nochmal Thema sein, wenn ihr solche Videos mögt, das gerne ein kostenloses Abo da und schreibt ein paar nette Kommentare, lasst vielleicht auch ein paar Likes, da teilt das Video gerne mit Gleichgesinnten, das würde mich sehr freuen und auch unterstützen. Ansonsten gehen wir jetzt gleich ans Eingemachte und erstmal fangen wir mit dem Positiven an. Es gibt eine positive Nachricht für alle Rammstein-Fans, es gibt eine neue Stadion-Tour im Jahre 2024. Und es gab ja Trennungsgerüchte und ich denke, für die Fans ist das eine tolle Nachricht. Ich denke, ich gehe nächstes Jahr auch wieder hin. Ich fand das auf jeden Fall ein Highlight dieses Jahr, dieses Konzert in Berlin zu besuchen und das alles mal auf mich wirken zu lassen und sich auch von diesen ganzen kritischen Zeiten momentan so ein wenig abzulenken und sich mal einen schönen Tag zu gönnen. Das muss auch hier und da sein und ich bin gespannt, geht ihr hin, ja oder nein? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare und ansonsten bin ich gespannt, was ihr jetzt auch zu dem ganzen Thema sagt, denn ich kann nur so viel sagen, man ärgert sich ziemlich jetzt. Wenn man jetzt ein wenig googelt und recherchiert, was denn mit den Spendengeldern passiert, die für die vermeintlichen Opfer von Till Lindemann und Rammstein gesammelt wurden und wie gesagt, es geht um über 800.000 Euro und diese Stiftung hat wie gesagt im September noch rumgedruckst und nicht klar beantwortet, was jetzt damit passiert und man müsste ja auch die Opfer schützen, ja gut und schön, aber wer sind denn jetzt die Opfer? Denn die Berliner Staatsanwaltschaft hat nicht weiter ermittelt und Till Lindemann ist nach wie vor unschuldig, es haben keine vermeintlichen Opfer sich bei der Staatsanwaltschaft in Berlin gemeldet und dann fragt man sich denn doch, ja wer sind denn jetzt die Opfer und was passiert denn jetzt mit dem Geld? Und wenn man dann so ein bisschen recherchiert, wird man fündig beim Namen Jasmina Kuhnke aka Quadromilf, ja so nennt sie sich auf Instagram, auf Twitter ist sie auch unterwegs, ich habe sie irgendwann mal stumm gestellt, weil sie wirklich ein bisschen anstrengend für mich war und um meine Nerven zu schonen, habe ich gesagt, komm ich muss jetzt ihre Tweets nicht unbedingt lesen, man kann koexistieren auf unserem Planeten, der ist groß genug und fertig. So habe ich mich auch nie weiter mit der Dame beschäftigt, zuletzt ist sie negativ aufgefallen, aufgrund dessen, weil sie ein ganz normales Urlaubsbild gepostet hat, wo man jetzt aber auch mutmaßen kann, Mensch der scheint so irgendwie finanziell ziemlich gut zu gehen. Ja, wo kommt denn das Geld her, ist das jetzt wirklich nur von den Buchverkäufen oder von ihren Auftritten oder was ist mit den Spendengeldern los, ja und das ist ja eine berechtigte Frage, wenn man jetzt nämlich, ja hier in den nächsten Post reingeht und mal nachfragt, was ist denn jetzt mit dem Geld? Ja, wir wollen doch nur mal eine Antwort haben, wir fragen doch nur nach und wenn das jetzt bei Jasmina Kuhnke aka Quattromilf gelandet ist oder sie ist es verwahrt oder whatever, dann wollen wir doch nur wissen, was passiert denn jetzt mit dem Geld, auch für die Leute, die gespendet haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für Oma Erna 50 Euro spende, dann möchte ich natürlich auch, dass es bei Oma Erna landet und nicht bei Quattromilf, ja, also das ist jetzt nur meine Meinung, ihr könnt das gerne anders sehen, aber nun gut, wir gehen jetzt hier in einen Post singen und eine sehr dreiste Antwort, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Wir gehen jetzt direkt auf Twitter, beziehungsweise Ex, wie es heißt und ihr könnt mir dort auch gerne folgen, wenn ihr meine Tweets lesen wollt und ich hab das hier auch retweetet, den Post, damit das hier auch schön abgespeichert für mich ist und ich das noch finde, denn es ist echt schwierig zum Teil dann Sachen wiederzufinden dort und ich zitiere einfach mal. Amadeo Antonio Stiftung, wo ist das Geld? Bei Jasmina Kuhnke, warum? Du bist nur rassistisch, eine super Antwort, nachdem man keine Medien antwortet für Wochen und das ist nun mal Fakt, also bis auf dieses Posting und irgendwelche Social Media Antworten gibt's nicht viel, was man findet und das ist schon ziemlich traurig und ärgert mich und hat mich auch dazu bewogen, dieses Video hier für euch zu machen und die Antwort hat's in sich. Ich weiß, es gibt hier auch noch andere drei Postings, die da geschrieben wurden und das ist hier alles nur ein Screenshot. Wenn ihr die weiteren Screenshots habt, schickt mir die gerne bei Twitter, Instagram oder per E-Mail zu. Ich hab nur das jetzt bei Twitter gefunden und ich hab nicht den Originalpost finden können. Seht's mir nach, es war mir unmöglich. Wenn ihr das findet, schickt's mir zu. Ich möchte hier nicht unfair agieren. Wenn hier irgendwo nochmal dann explizit erklärt wird, was mit dem Geld passiert, bin ich der Erste, der darüber dann ein Update drehen wird. Ansonsten gehen wir jetzt hier ans Eingemachte. Für diesen Fonds können Menschen zweckisch bunden spenden. Der Vorwurf gegen Jasmina Kuhnke, diese Gelder oder die der Kampagne, wie viel Macht ein Euro zu veruntreuen oder gar damit abgesetzt zu haben, erfüllen den Tatbestand der Verleumdung. Und wie gesagt, das ist deren guten Recht, wenn das nicht der Tatsache entspricht, sich dagegen auch zu wehren und das ist auch vollkommen legitim. Dann geht's hier aber weiter und wird jetzt eklig und das hat mich geärgert. Allen Beteiligten ist bewusst, weshalb die Diffamierung insbesondere eine schwarze Frau trifft, obwohl eine Vielzahl von Menschen die Kampagne ermöglicht und unterstützt hat. Es wird deutlich, Rassismus und Sexismus gehen Hand in Hand. Und das ist eklig und billig. Ja, dann geht's hier weiter. Die Verhöhnung der rechtsextremen Bedrohung, welcher Jasmina ausgesetzt ist, können und wollen wir nicht tolerieren. Und wie gesagt, dagegen spreche ich mich auch klar aus. Jegliche Bedrohung gegen Jasmina finde ich auch nicht korrekt und nicht gut und möchte ich auch gar nicht in den Kommentaren lesen und hören. Aber das, was jetzt hier gemacht wird, ist eine billige Nummer und darauf möchte ich eingehen. Wir stellen uns hinter, Jasmina, die Vorwürfe sind absurd und die Verbreitung wieder besseren Wissens sogar strafbar. Diese Vorwürfe sind absurd und die Verbreitung gefährlich. Sie stacheln einen wütenden Mob aus Antifeministen und Rechtsextremen an und machen Jasmina blablabla zum Opfer oder keine Ahnung, was da noch geschrieben wurde. Wie gesagt, ihr könnt mir das dann gerne schicken, wenn ihr den Original-Tweet findet. Und ich möchte darauf dann jetzt nochmal eingehen. Ich finde es auf jeden Fall eine ganz billige Nummer. Da ich vermute, dass einige nicht so richtig zugehört haben gerade und wieder nur bei den Kommentaren auf 180 sind, ich betone nochmal ganz klar an alle Jasmina Kuhnke, aka Quattro-Milf-Fans, dass ich jegliche Art von Bedrohungen gegen Jasmina Kuhnke verurteile. Punkt. Da gibt es auch kein Aber- oder Schöngerede. Es geht jetzt aber darum, um die Frage, was ist mit den Spendengeldern bislang passiert und was wird mit den Spendengeldern von über 800.000 Euro passieren. Und da muss die Amadeo-Antonio-Stiftung klar benennen, was damit passiert und auch an die Jasmina Kuhnke sich auch klarer äußern in Zukunft. Und da warte ich drauf. Wie gesagt, ich habe jetzt nichts auf die Schnelle finden können. Wenn ihr irgendwie Artikel habt und Äußerungen, die uns schlauer machen, mache ich gerne ein Update dazu. Ich möchte hier fair berichten. Aber das ist ein Unding. Und das jetzt als Rassismus oder Sexismus zu verkaufen, wenn man eine Jasmina Kuhnke kritisch sieht, finde ich äußerst fragwürdig. Und auch falsch. Und weil die meisten, glaube ich, ganz sachlich nachgefragt haben, was ist denn jetzt mit den Spendengeldern. Und das ist eine berechtigte Frage. Weil wie gesagt, wenn ich was gespendet hätte, würde ich auch gerne wissen wollen, wohin das Geld geht. Das soll es dann für heute gewesen sein. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch solche Videos hier gefallen. Schaut gerne in meine Playlist rein. Und auch zum Thema Till Linnemann gibt es eine Menge dort. Und schaut vielleicht auch in das letzte Video zu Luke Mockridge rein. Da geht es um Heselbrugger, auch ein ärgerliches Thema. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dann bis bald und ciao, ciao.